Oh, das sind die Großen, das gehört. Jetzt geht's los, ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, so drei Zentimeter, zwei Zentimeter sicher. Kannst du jetzt mit der Mama Red der Fieber telefonieren? Ja. Mama? Hallo? Hallo? Komm schon auf, jetzt. Was bringt sich das eigentlich da unten schrei? Oh, was ist das denn? Ja, da bin ich so gut. Ah! Das ist nur mein Adler. Das ist aber sehen, oder? Oh, schau mal, Papa! Das ist stöpig. Das ist der Einzige, der so gut ist der Sonne. Oh, du holst den Bitten, du holst den Bitten an der Scheibe. Ja, ja, ja. Das ist so kaputt. Wo ist der denn? Da geht der Schild. Ich seh' ich überhaupt nicht. Ich will den Robert auch drauf. Alter, so komm. Ich sag' Robert, du seh'n das da. Aber der Vogel ist. Das ist die ganze Autobogel. Das ist unglaublich, was ich hier spiele. Der Wind geht ein, das Auto wogelt. Ja, der steht da nicht mehr alles auf, da kannst du noch reinschauen. Jetzt habe ich mich geschneit. Das ist schon ein bisschen grün. Aber das ist der Pfad, das ist der Pfad. 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 Da ist alles hinschauen. Dann warte ich da alles hin. Aber, Papa, ich darf das kurze Aufhängen nicht sagen. Das fängt wahrscheinlich wieder an, glauben wir. Ja.